... prädestiniert für diesen Kanal. Im November 2022 erscheint OpenAI's ChatGPT. Eine Applikation, die nun wirklich keiner Vorstellung mehr bedarf. Und ich weiß, ich bin wahnsinnig... Alter, Fins Animationen sind einfach immer so fucking next level, holy shit, ey. ... dran. Das ist jetzt über sieben Monate her. Das ist so das Gegenteil von dem Stock-Footage, was viele Leute benutzen. Das ist so das komplette Gegenteil. Das ist so der absolut maximale Aufwand, den du für irgendwas betreiben kannst, im Hintergrund irgendwas zu zeigen. Selbst einfach so zu gucken, okay, einfach nur der Background noch so, ja, okay, wenigstens mach mir noch die paar Spritzer oder so da drauf. Und dann auch der Farbverlauf einfach. Ich will gar nicht wissen, wie lange das dauert, die ganze Scheiße immer zu erstellen. Lange war ich der Ansicht, ich werde da wahrscheinlich nie etwas zu machen. Als es rauskam und die gesellschaftlichen Implikationen langsam deutlich wurden, habe ich schnell gemerkt, das ist so komplex, dass ich es mir einfach nicht zutraue, darüber zu sprechen und oder zu urteilen, bis ich es wirklich durchdrungen habe. Habe ich es jetzt durchdrungen? Mit Sicherheit nicht. Aber das hat so gut wie niemand da draußen. Und auf Kosten von uns allen hat es einige trotzdem nicht davon abgehalten, auf Bühnen zu gehen oder eloquente LinkedIn-Posts zu verfassen, in denen sie vermeintliches Wissen vorgegeben und ihr Publikum zu Annahmen verleitet haben, die so einfach nicht stimmen. Vielen Dank, vielen Dank, Gamestar an der Stelle. Vielen Dank dafür, irgendwelche Experten-Panels zu führen. Und mit Experten sind Leute einfach gemeint, oh, sind das irgendwelche Programmierer? Sind das irgendwelche Leute, die in dem Feld geforscht haben? Die sich damit schon irgendwie seit einer Dekade oder so auseinander... Nein, es sind einfach Leute, die es privat seit letztem Jahr genutzt haben. Cool. Cool. Voll cool und normal. Das ist das, was als Experten irgendwie durchgeht heutzutage. Aber ich habe mich einfach ein bisschen in die Thematik eingelesen. Danke, ich bin jetzt Experte. Chat-GPT ist die am schnellsten wachsende Applikation aller Zeiten. Für eine Million Nutzer hat Chat-GPT ganze fünf Tage gebraucht. Bei Instagram waren es noch zweieinhalb Monate. Es ist nach allen Regeln der Kunst ein Hype. Erstmal völlig egal, ob gerechtfertigt oder nicht. Und selbst renommierte Tech-Journalisten schreiben schnell von Chat-GPTs Menschlichkeit und Gefühlen. Bald geht es nicht mehr nur darum, wie Schulen und Universitäten mit diesem Tool in Zukunft umgehen sollen, sondern auch, besonders im Internet, wie man diese Textgenerierungsmaschine dafür nutzen kann, um um jeden Preis möglichst viel Geld damit zu verdienen. KI-generierte Motivationsvideos oder automatisierte Reddit-Post-Vertonungsprogramme, die zusammen wahrscheinlich mittlerweile die Hälfte aller YouTube-Shorts ausmachen. Und in den folgenden Monaten wird klar, Das Absurde ist, finde ich, dass das Leute tatsächlich gucken. Das ist tatsächlich, du hast wirklich, ich meine, klar, du hast einen Haufen von diesen Kanälen, die einfach nur Sachen reinballern und keiner sieht das. Aber du hast wirklich Kanäle, wo alles davon einfach nur so, ja, wir machen einen Watchmojo-Listical oder fass mir sonst irgendwelche Texte zusammen, schreib das Ganze um. Und dann wird einfach nur irgendeine KI-Stimme drüber laufen gelassen und der Rest ist, und alles, was im Hintergrund ist, ist sowieso nur irgendwie stockfooted oder so, wo du wahrscheinlich auch einfach nur die Begriffe aus dem Skript nacheinander irgendwie einkippst oder so. Absolute Nullware. Und dann hast du trotzdem manche Sachen davon. Ich habe das Gefühl, so gerade bei so Motivationsscheiß und so, da kannst du den Leuten einfach irgendeinen Müll zugießen. Let's go, weitermachen, ne? Dann lieber so, weißt du? Dann lieber, dann lieber so. Dann einfach doch lieber das lebendige Meme haben. KI, speziell generative KI wie ChatGPT, Stable Diffusion oder Midjourney, lösen Metaverse, Web3 und Blockchain als nahezu bedeutungslose Marketing-Schlagwörter ab. Natürlich ist künstliche Intelligenz ein echtes, komplexes und wahnsinnig faszinierendes Forschungsfeld. Doch wird auf den Bühnen der Welt der Begriff KI für mehr genutzt, als nur diese Tech-Branche zu beschreiben. I mean, es ist auch im Forschungsbereich auch ein Buzzword, was benutzt wird, weil in den meisten Fällen ist es halt gerade im Forschungsbereich darauf ausgelegt, wie kann ich das irgendwie für Firmen oder sonst was nutzen, die daran Geld reinsetzen. Weil, seien wir mal ehrlich, nichts von dem, was irgendjemand auch nur ansatzweise macht, hat mit künstlicher Intelligenz tatsächlich zu tun. Es sind halt auch nur Algorithmen, die irgendwie gebastelt werden. Und so sind über Monate echte und nur vermeintliche Experten zu diesem Thema aus dem Boden geschossen. Angebliche Superservices, die angetrieben von ChatGPT mindestens alles können sollten, zirkulierten fast täglich durch die Nachrichten. ChatGPT nimmt unter dem Namen BingChat einen recht prominenten Platz in der Microsoft-Suchmaschine ein und wird als eine Art neumodische Form von Let-me-google-that-for-you demonstriert und soll in Zukunft auch stark mit Windows selbst verwoben werden. Firmen wie Meta kündigen eigene Projekte in der Hinsicht an, Google veröffentlicht seinen Konkurrenten Bart und Elon Musk will auch irgendwie mitmachen. Natürlich mal wieder für die Meinungsfreiheit. Und langsam aber sicher vertiefen sich die Falten auf meiner Stirn. Während ich bemüht bin, mit allen Neuerungen und Hintergründen dieser Technologien Schritt zu halten, muss ich mich immer wieder fragen, ob diese angepriesenen Anwendungsfälle aus den Mündern von Tech-Konzernen und selbsternannten KI-Experten überhaupt für das, was sie tun sollen, geeignet sind. Dafür müssen wir kurz etablieren, wie Technologien wie ChatGPT überhaupt funktionieren. Das GPT in ChatGPT steht für Generative Pre-Trained Transformer, also ein, in diesem Fall, textgenerierender, vortrainierter Umwandler. ChatGPT basiert auf einem Large Language Model, einem LLM, das ChatGPT überhaupt erst die Möglichkeit gibt, sinnvolle Antworten zu liefern. Das LLM GPT-3, auf der die im November 2022 veröffentlichte Version von ChatGPT basierte, ist im Kern ein künstliches neuronales Netzwerk, ein dem Gehirn nachempfundenes System, in dem künstliche Synapsen, sogenannte Units, auf verschiedenen Ebenen Zahlenwerte durchschleifen und am Ende einen einzigen Wert berechnen und wieder ausspucken. Künstliche neuronale Netzwerke arbeiten mit Zahlen, ChatGPT soll aber natürlich in vollständigen Sätzen antworten. Also wird jedem Wort in jeder unterstützten Sprache ein individueller Zahlenwert zugewiesen, sodass GPT in der Lage ist, seine Eingabewerte, also unsere Frage oder Aufforderung im Chat, in Zahlenwerte umzukodieren, dann damit zu rechnen und am Ende einen Zahlenwert auszugeben, der dann wiederum in Sprache umgewandelt wird. Dieser Outputwert wird dann jedoch nur in ein einziges Wort umgewandelt und der ganze mathematische Durchlauf beginnt von vorn, um das nächste Wort zu ermitteln. Das sieht man im Interface von ChatGPT sogar. Dort erscheint die Antwort Wort für Wort und nicht alles auf einmal. Ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass dann Leute, dadurch, dass der Text nicht auf einmal erscheint, sondern die sehen, wie er erstellt wird, dass, glaube ich, dann deswegen auch noch mehr Leute das Gefühl haben, oh ja, da steckt halt wirklich was, da steckt halt wirklich was dahinter, auch wenn es einfach nur eine, es ist eine härtere Form von Autocomplete. Es ist eine härtere Form von Autocomplete, wo dann Leute das Gefühl haben, oh, da wird nachgedacht, weil da passieren ja, du siehst ja Schritt für Schritt, was irgendwie passiert, also haben die irgendwie das Gefühl, dass da nachgedacht wird, wenn an sich einfach nur Autocomplete-mäßig basierend auf der Eingabe das Nächste rausgesucht wird, was eben am wahrscheinlichsten ist. Und es wird ja sowieso nur Kram zusammengesucht. Es kann ja keine eigene Antwort oder sonst was geben, sondern einfach nur basierend auf den Informationen, die gegeben wurden oder halt die Informationen, die du mit deiner Anfrage reingibst. Deswegen, die besten Ergebnisse bekommst du bei Aufgaben, an sich ist es eine, zum Beispiel, wenn du eine komplette Excel-Tabelle oder so eine Information reingibst, dass wenn du einfach sagst, hier sind die ganzen Informationen und jetzt, keine Ahnung, wandle mir das in das und das um oder sag mir, was sind die, irgendwie liste mir alles auf in der alphabetischen Reihenfolge oder sonstigen Scheiß. Damit können die halt am besten arbeiten, weil du alle benötigten Informationen gibst und diese Informationen objektiv lesbar und auswertbar sind. Im Gegensatz zu interpretier mir beispielsweise einen Text, geht halt nicht, weil das ist ja nichts, was denken kann. Das ist dann einfach nur, oh, okay, von diesem Zahlenwert interpretieren, das weiß ich, dass das so gedeutet werden muss. Okay, hier sind die Sachen und dann, ah, okay, ich bin mit irgendwelchen anderen Texten gefüttert worden und dann versucht man, das irgendwie anzugleichen und du kriegst halt nur irgendeine Mumpels daraus dann oftmals. So, ich nutze das ja für eben Texte, so wenn ich zum Beispiel auf dem Gameplay Archive, genau, habe ich ja schon mal gesagt, dann nutze ich das dann für, um mir solche Sachen zu erstellen. Warte, ich kann da einfach mal direkt drauf eingehen. Wo haben wir es hier? Und das Problem ist, das Problem ist in dem Fall, dass du auf dieselbe Frage unterschiedliche Antworten kriegen kannst. Zum Beispiel hier, wo es hervorragend ist, einfach, ne, das ist dieser Standard, den ich gewählt habe, keine Ahnung, ob die das, ob die das damit gefüttert haben oder sonst was, wie das irgendwas bedeutet, aber es ist so eine Search, sollten sie vielleicht wissen oder so, keine Ahnung. Das ist okay, das funktioniert. Solange das Spiel halt schon erschienen ist vor dem, diesem Data Cut-Off. Das heißt, wenn du irgendeinen Titel hast, der so nach 2020 oder so erschienen ist, dann müssen die, dann ist es immer so, bla bla bla, ist ein Spiel, was an dem, ne, zu dem und dem Zeitpunkt oder so dann erscheinen wird. Ganz schlimm ist es bei den YouTube Tags, wo ich auch eben sage, ich will nicht jedes Mal Tags schreiben lassen oder so und meistens nimmst du halt immer den, nimm den Namen plus irgendwelche Worte dahinter. Das funktioniert ganz gut. Und das Problem ist dann, dass ich will die so aufgelistet haben. Ich will, gib mir das, den Namen des Spiels und dann den Begriff dahinter und daneben ein Komma. Und das habe ich hier mehrfach reingeschrieben. Und dann gibst du das ein und dann ist er so, alles klar, Chef. Und dann listet der das untereinander. Und damit kannst du nicht arbeiten, weil wenn du das so dann in YouTube reinkopierst, dann kriegst du das nicht als separate, wenn ich das nämlich reinkopiere, dann kriege ich jedes einzelne, jeden einzelnen als Tag raus. Wenn ich das einkopiere, dann ist das ein einzelnes Ding. Und dann teilweise gibt der mir das dann raus, als, ne, dass ich dann sage, hier ist mit Dead Space. Und dann gibt der mir Dead Space 3 und dann Gameplay. Und dann so, nein, ich will, dass jedes Mal am Anfang das Wort Dead Space steht. Und das heißt, ich kopiere jedes Mal dieses gleiche Ding rein. Und ich muss halt hoffen, dass er dieselbe Ausgabe gibt. Obwohl ich halt schon in demselben Feld bin, wo man ja normalerweise sagt, da sollte man von lernen. Das Programm sollte ja wissen, dass ich das auf diese Art und Weise formatiert haben will. Und du musst halt, manchmal klappt's. Und manchmal muss ich halt drei-, viermal oder halt dann sagen, nein, so hat er mir das dann angegeben mit Mario Kart. Und dann war ich so, nein, each tag must start with Mario Kart 8 Deluxe. Nein, jedes muss halt... Und das sind alles Informationen, die ich hier mitgegeben habe. Teilweise sogar mehrfach. Und das ist schon auf dem Level funktioniert's einfach nicht. Auf dem Level funktioniert's einfach nicht, weil Sachen dann irgendwie dann doch irgendwie interpretiert werden oder so. Also, es ist zum Kotzen. Und dann Leute wollen halt wirklich komplizierte Sachen oder so machen. Das ist so, ja, hervorragend. Einfach ausgedrückt handelt es sich also um eine Berechnung von Wahrscheinlichkeiten, die bestimmt, welches Wort das nächste sein sollte. Woher weiß GPT das? Dafür steht das Pre-Trained im Namen. Dieses Sprachmodell ist so gut darin, kohärente grammatikalisch einwandfreie Sätze zu bilden, weil es über Monate mit über 570 Gigabyte an reinen Textdateien trainiert wurde. Diese Trainingsdaten bestehen aus Paaren von echten Anfragen und deren Antworten, die man beispielsweise von Reddit, Foren, Posts oder ähnlichem genommen hat. Eine Antwort, wie sie in den Trainingsdaten auf die jeweilige Anfrage gegeben wurde, hätte man gerne auch von ChatGPT. Also gibt man dem Netzwerk diese Anfrage als Input wert, ohne dem Netzwerk aber zu sagen, wie die als korrekt eingestufte Antwort aussieht, und lässt es selbst eine Antwort berechnen. Gerade zu Anfang der Trainingszeit unterscheiden sich die Ausgabewerte des Netzwerks und die Antworten aus den Trainingsdaten noch dramatisch. Doch das Netzwerk lernt nach dem Vergleich mit dem richtigen Ergebnis, indem es seine Gewichtswerte anpasst. Das sind Faktoren, die die Größe des Teilergebnisses für die nächste Unit bestimmen. Diesen Prozess nennt man Backpropagation. Dieses Training hat man auf mehreren Supercomputern über Monate mit diesem halben Terabyte an Trainingsdaten durchgeführt, was einer Gesamtlaufzeit von etwa 300 Jahren entsprach. Was rauskam, war ein Modell, das sehr zuverlässig auf Fragen kohärenter Antworten in tadelloser Sprache liefern konnte. Das Problem ist nur, dass dieses Vorgehen eben nur Mathematik auf Basis von Sprache ist. Wenn ich ChatGPT beispielsweise frage, was der YouTube-Kanal ultralativ ist, dann denkt ChatGPT nicht im klassischen Sinne über diesen Kanal nach. Es weiß nicht einmal, was YouTube ist. Die kostenlose Version von ChatGPT kann nicht einmal im Internet nach Informationen suchen. Es hat nur durch intensives Training ein Cluster an Wörtern erstellt, die kontextuell in der Nähe von der Zeichenfolge YouTube stehen sollen. Begriffe wie Liken, Abonnenten oder Kommentar. Und dann sagt es mir, dass der Urheber dieses Kanals Finn Kliemann ist, weil Kliemann im Kontext von YouTube eben näher an Finn ist als die richtige Antwort. Ich weiß nämlich, ich wollte gerade sagen, weil ich weiß gar nicht, ob überhaupt sein richtiger Name irgendwo steht. Also der Nachname. Deswegen, wenn man halt weiß zumindest irgendwie, okay, du kannst Finn als Vornamen rausnehmen und dann, ah, okay, Finn Kliemann passt schon. Wenn das Tool in der Lage dazu ist, Internetquellen zu recherchieren, wie BingChat, dann kann es trotzdem nicht zwischen einem lautstarken Idioten und einer vertrauenswürdigen Quelle unterscheiden. Hier liegt das Problem. Diese Technologie ist schlichtweg nicht dafür geeignet, wahre Antworten zu liefern. Klar, ChatGPT ist wahnsinnig gut in sehr systemischen Aufgaben, wie dem Schreiben und Verstehen von Code. Zwar nicht immer, aber sehr, sehr häufig. Es kann medizinische und juristische... Ja, deswegen, die Code-Sache ist ja, das basiert ja darauf. Das ist ja eine logische Vorgabe. Das heißt, wenn du ja das System auf diesem logischen Regelwerk trainierst, kann es ja darin dann besser werden. Das ist ja gleiche, wie du halt ein System über Jahre lang mit einem Supercomputer bezüglich Schach oder so erstellst. Aber das dauert Ewigkeiten. Und das ist dann nur für ein einziges Brettspiel in dem Fall, was ein festes Regelwerk hat. Da muss nichts interpretiert werden. Das ist ein festes Regelwerk. Es gibt Moves, die gemacht werden können. Und es gibt Moves, die nicht gemacht werden können. Und auch da sind das halt Nummern, mit denen gearbeitet wird. Mit denen man dann sagt, okay, wenn man den nächsten Schritt macht, dann verändert sich das Spielfeld so. Und das wird dann in Werte umgerechnet. Und dann kannst du alle möglichen Schritte und Antworten durchgehen und dann eben wahrscheinlich gerechnet, okay, wenn ich das mache, dann habe ich die größte Wahrscheinlichkeit, auf einem guten Wert oder so nachher zu landen. Aber dafür muss es halt auch Ewigkeiten durchlaufen lassen. Da ist kein Gedanke dahinter. Das ist einfach wirklich, das ist an sich wie Karten zählen. So ein Blackjack. Mehr ist es an sich nicht. Da gibt es dann den Fall eines Anwalts, der Chattie-BT so Recherchen nutzte und dann Gerichts- Alter. Also vor allem als Anwalt einfach. Fucking L. Schlussprüfung bestehen, weil es dieses systemische Wissen an den Anwalt bekommen hat. Aber ein Verständnis im klassischen Sinne hat es von all diesen Themen nicht. Es weiß selbst nicht, was es sagt. Untrennbar verknüpft mit dem Thema künstliche Intelligenz ist die Frage nach einem eventuellen Bewusstsein. Im Juni 2022, etwa fünf Monate vor der Veröffentlichung von Chatt-GBT, tritt der Google-Techniker Blake Lemoyne an die Presse und sagt, dass Lambda, das Sprachmodell, auf dem Googles Bart basiert ... Das war übrigens voll geil, als danach Leute mal wirklich reingeschaut haben, was die Antworten waren. Es ist einfach nur, okay, entweder der Typ ist einfach nur ein Grifter und versucht da draußen irgendwie, okay, ich mach das, um den Marktwert von dem ganzen Ding irgendwie zu steigern und geht dann halt zu irgendeiner Konkurrenzkacke oder sonst was Firma hin. Oder ist einfach fucking crazy. Weil Leute haben sich dann halt mal wirklich so die Konversationen, in Anführungszeichen, angesehen. Und das war der größte Stumpfsinn auf Erden. Ein Bewusstsein entwickelt hätte. Und auch renommierte Journalisten bekommen in der Auseinandersetzung mit diesen Sprachmodellen das Gefühl, dass sie es mit einer echten Intelligenz ... Die Sache ist halt, renommierte Journalisten ist halt immer so eine Sache. Bist du Programmierer? Bist du halt wirklich in dem Teil ausgebildet oder so? Sondern ansonsten, Journalisten können von allem beeindruckt sein, was sie nicht kennen. Einem Gehirn, das ihrem eigenen sehr, sehr ähnlich ist, zu tun haben. Der Turing-Test wird bestanden. Aber diese vermeintliche Menschlichkeit ist nur unsere Wahrnehmung. In dem mittlerweile sehr oft zitierten Paper The Dangers of Stochastic Parrots von 2021 wird nochmal unterstrichen, dass der Mensch sehr stark auf Sprache fixiert ist. Wenn wir einen Satz sehen, der grammatikalisch Sinn ergibt, glauben wir, dass ein Gehirn wie unseres dahinterstehen muss. Eines, das nicht nur in seinem synaptischen Aufbau unserem eigenen nachempfunden ist, sondern auch ... Ja, es ist halt schwer. Das Problem ist, dass es super schwer ist, sich das halt richtig vorzustellen, wie das funktioniert. Dass die Art und Weise, wie wir halt darüber nachdenken, wie sowas funktionieren, das immer mit Dingen gleichsetzen müssen, die wir halt kennen und die wir für uns funktionieren. Und dadurch dann eben viel zu früh irgendwie falsche Rückschlüsse darauf ziehen und dann glauben, Ja, das ist ja so blablabla. Deswegen dieses ... Die Arten, beziehungsweise Systeme, so in Anführungszeichen KI-Systeme, habe ich ja schon öfter gesagt, das gibt es schon seit halben Ewigkeiten. Auch jetzt die Sache, als das neue Tool bei Adobe rauskam für Photoshop, dass du halt so einen Bildabschnitt dir davon generieren lassen kannst oder halt drumherum so irgendwas generieren lassen kannst. Photoshop besteht nur aus diesen Sachen. Das ist so auch allein schon die Art und Weise, wenn du das Freistellen-Tool oder so benutzt. Da gibt es ja auch mittlerweile schon die Möglichkeit, dass du auf einen ... Zum Beispiel, du siehst einen ... Wenn ich jetzt irgendwie dieses Freistellen-Tool benutzen würde, dieses neuere in Adobe Photoshop, dann könnte ich hier auf dieses Hirn draufklicken und der würde automatisch so eine Umrandung erstellen. Was hierbei ganz gut funktioniert, wenn du halt Personen hast oder so Elemente. Aber das ist so eine ganz gute Grundbasis. Das funktioniert bei ein paar Sachen, aber je schwieriger das ist, das zu erkennen und je feinfühliger du eben auch diesen Ausschnitt haben willst, ist es halt immer noch besser, dann die Tools zu benutzen, die dir diese Feinfühligkeit geben. Das heißt, das Programm ist darauf ausgelegt, dass du halt mehrere Abstufungen von Tools hast und dann eben je nach Anwendungszweck und was du hast, dir selber durch die Erfahrung natürlich auch mit dem Programm dann entscheiden kannst, oh, da kann ich das benutzen, dann geht es relativ schnell oder da muss ich halt eher ein bisschen kleinteiliger, feinfühliger sein und das dann eben selber machen. Die Sache ist halt nur, dass die meisten Leute sich nie damit beschäftigt haben, weil das ja nur professionelle, also das heißt hauptsächlich eigentlich nur irgendwelche professionellen Leute machen in den Bereichen selber, die dann auch darin ausgebildet sind oder einfach sehr viel Zeit damit verwenden. Aber jetzt gibt diesem Otto-Normalverbraucher das irgendwie und dann angetrieben von den gleichen Tech-Bros, die irgendeine Web 3.0 und Krypto-Scheiße verbreitet haben, so wie die ja Leute dazu gebracht haben, irgendwie zu glauben, das fucking Metaverse würde irgendwie funktionieren. Und das ist so das schlimmste Videospiel, was du dir jemals vorgestellt hast, irgendwie, wenn du dich tatsächlich damit beschäftigst. Aber du kannst eben Leute, die sich halt null damit auskennen, null damit beschäftigt haben, kannst du halt mit bestimmten Sachen relativ leicht beeindrucken. Und wenn die dann das Gefühl bekommen, oh, von irgendwelchen Experten oder sonst was, eben auch noch zusätzlich angetrieben, von dem, was wir eben alle durch die Popkultur kennen, so aus Sci-Fi oder sonst was, dann spinnst du dir eben relativ schnell was zusammen. Wie er gerade nichts eingeben, munter vor sich hindenkt. Dazu kommt, dass es in solchen künstlichen neuronalen Netzwerken immer auch eine sogenannte Temperature gibt. Einen systematisch eingespeisten Zufälligkeitsfaktor, der dafür sorgt, dass auf dieselbe Frage nie dieselbe Antwort kommt. Ja, genau. Und deswegen hast du das, was ich gerade eben gezeigt habe. Und das führt eben dazu, dass du durch diese Scheiße das Programm eigentlich auf die Sachen, wo du denkst, das wäre super nützlich, das so zu benutzen, geht das nicht mal, weil du eben von der Kacke ausgeblockt wirst. Und das ist halt auch noch mal extra frustrierend. Und alles, die uns so vertraute menschliche Dynamik erhält. ChatGPT ist unglaublich beeindruckend und für einige Fälle auch wirklich wahnsinnig hilfreich. Gerade für solche, in denen die Information, mit denen gearbeitet werden soll, Teil der Anfrage sind. Fass mir diesen Text zusammen. Kannst du mir diesen Absatz auf Englisch übersetzen? Oder wie kann ich das hier formeller ausdrücken? All das funktioniert sehr, sehr gut und ist eine teilweise noch immer unvorstellbare technische Errungenschaft. Es zeigt sich auch, dass sich Google und Microsoft, mit einigen Ausnahmen, auch eher auf solche Anwendungsfälle begrenzen. Cool. Man kann jetzt E-Mails zusammenfassen lassen, damit man nicht so viel lesen muss und kann via KI die Länge seiner Antwort ausweiten, damit das Gegenüber sie wieder via KI zusammenfassen lassen kann. Das finde ich eigentlich ganz, ganz lustig, dass so sehr viel von diesem Austausch im E-Mail-Verkehr, dass halt so, okay, eigentlich geht es nur um irgendeine Information, aber Leute wollen ja auch Sachen ausschmücken und dann irgendwie nur, dass Dinge freundlicher klingen. Und das heißt, bei den meisten E-Mails ist der Informationsgehalt halt relativ gering, aber einfach nur eine E-Mail so zu schreiben wie eine WhatsApp-Nachricht, sieht eben auch immer so ein bisschen unprofessionell aus. Aber das finde ich ist schon, das ist schon ehrlich gesagt ziemlich lustiger Anwendungszweck. Okay. Oder als Browser-Copiloten, der die aktuelle Seite auslesen kann, um darauf basierend zu antworten. Das kann hilfreich sein. Wofür ChatGPT und andere Services dieser Art aber nicht geeignet sind, sind Investment-Tipps, wie sie JP Morgan gerade anstrebt. Aber hey, lass den Parabelritter uns wieder erzählen, dass Lehrer durch so einen Scheiß abgesetzt wurden. und die ja viel besser auf die einzelnen Personen eingehen können, weil die lernen ja dazu. Oh, fucking hell. Akitaino ist Kola. Hast du nicht das, das habe ich ja im Stream angesehen, das zu den Lehrern, das Video von ihm. Da kam ja genau diese Aussage, mehrfach sogar. ChatGPT, aber auch Text-to-Image-KIs sind nicht teutiv. Das war heftig, ja. Sie haben einen festen Datensatz und können nur vorhandenes imitieren. Das war in der Tat sehr heftig. Aber keinen neuen Stil erschaffen. Ich will das nicht sehen. Verständlich. Verständlich. Oh ja, das ist auch sehr gut, dass er den Punkt jetzt anbringt. Die Trainingsdaten sind nicht einfach so dem Internet entnommen und dann ins neuronale Netzwerk gespeist worden. Sie werden vorher von unterbezahlten Menschen für unter zwei Dollar die Stunde gefiltert. Und müssen dabei zu großen Teilen verstörende und traumatisierende Inhalte im Dauerzustand erleiden. Und rechtlich ist der Ursprung von den Trainingsdaten auch eine ziemlich heikle Angelegenheit. Apple hat beispielsweise in der Vergangenheit die Stimmen ihrer Hörbuchsprecher genutzt, um damit eine Text-to-Speech-KI zu trainieren, die den Sprechern künftig die Arbeit abnehmen könnte, ohne sie dafür zu kompensieren. Spammer, Scammer und Leute, die einfach das Internet mit generierten Inhalten zumüllen wollen, haben es mit diesen Tools auch wesentlich einfacher. Und ich hab ehrlich gesagt keine Vorstellung davon, wie groß dieses Problem in Zukunft noch werden wird. ChatGPT hat ... Ja, das ist immer so, oh ja, die lernen das ja von alleine und sonst was und bla bla bla. Und dann eben auch noch die Ausbeutung der ganzen Dinge, die überhaupt eingespeist werden müssen. So, wir haben ja gerade, sind wieder so ein paar Fälle, die vorkommen, dass irgendwelche Voice-Actor eben, ne, wir hatten, ich glaub, das gerade erst, dass die Synchronsprecherin von Futaba aus Persona 5, ich glaub, ihren Twitter-Account gelöscht hatte, nachdem sie zu starken Backlash bekam, weil sie sich darüber aufgeregt hat, dass irgendjemand eben ihre Stimme KI generiert genutzt hat, um irgendeinen Song oder so einzusingen. Wo ich so ... Weißt du, ich find das auf der ... Ich weiß, dass ein paar Leute eben auch dagegen sind, dass irgendwie als für die ... Ich weiß nicht, fürs Shitposting ... Fürs Shitposting find ich das vollkommen okay. Das fällt für mich halt so unter diese ... Weil du hast ja auch so Fair Use, wenn es halt für Satire und sowas ist. Und das find ich, das fällt ... Also gerade, wenn du dich halt über eine Person aktiv lustig machst damit, dann finde ich das vollkommen fair. Das ist halt wie Sound-Schnipsel selber zusammenschneiden, um irgendwie die Person was Dämliches sagen zu lassen. Das find ich vollkommen ... Also wenn das halt offensichtlich irgendwie auch als erkennbare Parodie oder sonst was ist. Also aus dem Punkt find ich eigentlich das vollkommen okay. Aber ja, wenn das halt Leute nutzen, um dann irgendwie ihren Lieblingscharakter oder so irgendwas singen oder sonst was zu lassen, das überschreitet halt echt schon Hartgrenzen. Viele Stimmen in den vergangenen Monaten laut werden lassen. Oh ja, das könnten wir eigentlich auch ... Das könnten wir eigentlich auch noch gucken. Jetzt, wo du Nazi sagst. Das ... Das Video ... Das hab ich noch gar nicht angesehen, das Video von Simplicissimus. Wo sie ... Also laut Titel und so ja darum geht, wie eben auch Rechte, eben vor allem so AfD oder sowas, dann die Bildgenerierung eben einsetzen für ihre diffamierenden Kampagnen. Das ist halt auch einfach so. Weißt du, die haben ja sowieso kein Problem damit, sich irgendeine Scheiße auszudenken. Also kannst du dir einfach irgendwelche Bilder erstellen, auf denen Ausländer böse gucken oder Leute verprügeln oder sonst was. Welche die Fragen stellen, die wir dringend beantworten müssen. Aber auch Stimmen ... Da find ich auch, ganz ehrlich, Also da find ich auch, wenn das nachweislich ... Also gerade, wenn das irgendeine Partei oder so einen Scheiß postet, wenn das nachweislich irgendwie ... Dass da quasi ein Bild ... Klar, du kannst, glaube ich, wenig gegen Leute vorgehen, wenn du ein echtes Bild nimmst und das halt einfach falsch framest. Sollte halt auch schon irgendwie angeklagt werden können. Aber wenn du halt so ein Kram dafür nutzt, um gerade gegen ... Weil das ist ja wirklich Volksverhetzung eigentlich in dem Fall. Also ich finde, bei sowas sollte halt wirklich die komplette Partei halt angezeigt werden oder beziehungsweise, ich meine, im besten Fall ja sowieso, illegal gemacht werden. Also wenn halt schon so eine Scheiße irgendwie eingesetzt wird. Wirklich nicht hören muss. Nein, wir brauchen unsere Meinungsfreiheit. Wir müssen die Leute mit Argumenten besiegen. Okay, cool. Aber Leute lassen sich auch von irgendwelchen Lügen und Propaganda überzeugen und einlollen. Ja, egal. Wir müssen einfach nur jetzt für jede einzelne Person 200 Stunden mit der reden, bis die dann wieder vom Gegenteil überzeugt ist. Ja, das funktioniert. Cool. Geil. Made-Business-Blase ist KI mittlerweile ein Dauer-Prefix. Ich meine, anderes Thema, aber das ist so dieses ... Das ist halt wirklich Wunschdenken. Wo du so, Alter, so funktioniert es einfach nicht. So funktioniert ... So, ich wünschte, es wäre so. Ich wünschte, es wäre so, Leute würden sich tatsächlich von der Wahrheit überzeugen lassen. Aber holy shit. Sollten wir spätestens nach Sachen wie irgendwie Flat Earth, nach QAnon, nach all dem Scheiß, den ja in der Pandemie passiert ist, den ja Leute immer noch jetzt ... Weißt du, Lauterbach kann ja nicht mal einfach ein Bild posten von dem Wetter und sagen, yo, Sicherheitswahnweis, wäre gut, wenn ihr darauf achtet, genug zu trinken. Gerade ältere Leute haben das Gefühl, dass die eigene haben keinen Durst, obwohl sie eigentlich vollkommen dehydriert sind. Und die ganzen Kommentare darunter, natürlich vielen Dank, Elon, nochmal dafür, dass natürlich einfach ... Weil wer kauft sich Twitter Blue hauptsächlich dämliche Leute? Also kriegst du halt auch den dämlichsten Scheiß direkt unter diesen Postern dann drunter gesetzt. Das ist einfach zum Kotzen. Das ist einfach zum Kotzen. Und da soll das so ... Da kannst du nicht mit Argumenten kommen. Da kannst du nicht mit den Leuten so ... Vielleicht, wenn du sie privat kennst, wenn sie dir auf einer freundschaftlichen Ebene vertrauen. Okay. Aber dann müsste jede Person im Freundeskreis mindestens ein oder zwei mehrere Leute sein. Und ganz ehrlich, so die Wahrscheinlichkeit, dass dieselben Personen im gleichen Freundeskreis sind, ein bisschen unwahrscheinlich. Außer man kennt sich vorher schon lange und die Leute rutschen irgendwann so ein bisschen da rein und du versuchst, sie dann wieder da rauszuholen. Aber so gerade neue Bekanntschaften, keine Ahnung, mache ich ungern mit solchen Idioten. Spotify kündigt auf der Welle von Chat-GPT und anderer generativer KI an, ein KI-DJ zu vermitteln. Jo, vielen Dank. Ich gucke das aber dann wahrscheinlich später an. ... ohne die Bezeichnung als künstliche Intelligenz schon seit über einem Jahrzehnt gibt. Und viele Startups, selbsternannte Business-Guten ... Ja, das sowieso. Wie gesagt, das komplette ... Jedes GPS-Gerät benutzt in Anführungszeichen KI-Systeme. Seit der ersten Version von Photoshop werden für Bildbearbeitung KI-Systeme benutzt. Ne? ... Urus und Co. klatschen seit über einem halben Jahr ... Dein Autocomplete ist KI. ... wo einen Stromanschluss hat, KI drauf. In der Hoffnung, Fördergelder von mindestens genauso ahnungslosen Regierungs- und Stiftungsverantwortlichen zu erhalten. Geht mich Holzbein. Es ist irgendwie lustig. Chat-GPT könnte man als einen eloquenten Mund, ohne aber tatsächliches Wissen dahinter bezeichnen. Und einige, die so enthusiastisch und lautstark über diese Technologie sprechen, auch. Und das ist furchtbar schade. Wirklich richtig gutes Video. Richtig, richtig, richtig gutes Video. Also eines der wenigen, die das eben auch aus dem richtigen Kontext zeigt und vor allem halt nicht so versucht, ja, wir müssen ja auch die Blablabla, sondern das halt wirklich aus dieser einen Perspektive eben drauf eingeht. Vor allem, das ist ja auch das, was schade ist. Er sagt ja auch korrekt am Anfang mit dem, jo, das wirkte auf mich sehr komplex, also wollte ich jetzt nicht direkt irgendwas rausballern. Also wollte ich jetzt nicht direkt irgendwelche falschen Informationen oder sonst was mich damit beschäftigen. Aber die Sache ist, und wie er es ja dann auch gesagt hat, die Leute, die das dann eben sofort für sich nutzen wollen und das gerade eben monetär irgendwie einsetzen möchten, die haben diese Grenze nicht. Die haben nicht diese, oh, vielleicht sollte ich das doch nochmal irgendwie genauer so. Nein, da wird dann einfach sofort hier das Beste, das dafür, blablabla, sonst was. Und das bestimmt dann eben den ganzen Markt. Deswegen ist es da eigentlich auch sehr wichtig, von Anfang an irgendwie so ein bisschen dagegen zu halten. Ultrabass, das sowieso. Das sowieso. Grüße gehen raus. Grüße gehen raus an Fynn. Ich weiß, er folgt mir schon seit Ewigkeiten nicht mehr auf Twitter, wahrscheinlich, weil ich zu viel geschitpostet habe. Zu viele, zu vielen dämlichen Scheiß retweetet habe oder so. Aber das ist okay. Das einzige, das einzige Video, was ich nicht, was ich, was ich, das habe ich ja auch extra deswegen nochmal geguckt, das war das, ähm, diese, genau, Ciao-Abo-Button oder so. Weil das halt auch so, das war halt leider so ein Video, wo grundlegend bestimmte Dinge nicht, nicht richtig bedacht wurden. Und das, was am nervigsten war, ich habe schon mehrfach Argumente aus dem Video in meiner Kommentarsektion rezitiert gesehen und musste halt erneut darauf eingehen, warum die und die Sachen nicht wirklich funktionieren und stimmen. Und das war so, ach. Das ist halt immer, das ist halt immer der große Nachteil, wenn du so, weil ja, ich, wie Gott, ich finde den Kanal großartig. Ähm, ich bin auch, äh, mich freut das auch mega, dass er damit so erfolgreich ist. Aber die Sache ist halt leider immer, dass wenn du mit so einer Sache, äh, wenn dir halt dann zwischendurch vielleicht mal irgendwie so ein bisschen was rausrutscht oder so, wo es, wo es, die, die Schlussfolgerung nicht ganz korrekt ist, ähm, dann können das halt Leute ein bisschen, äh, zu sehr weitertragen. Das ist halt so eine Sache, über die ich mir zum Glück noch, die muss ich mir, über die muss ich mir bei meiner Größe noch keine Gedanken machen. Aber das ist auf jeden Fall etwas, wenn ich mir vorstelle, weißt du, wenn du halt, wenn du halt wirklich so 100.000, 200.000 oder halt so 350.000 Abonnenten hast, was im deutschen Raum halt schon relativ viel ist. Also ich meine, das ist generell viel, aber vor allem im deutschen Raum. Ähm, und da kann es dann halt so führen, dass du gerade in gewissen, in gewissen Bereichen oder dann eben auch in einem, ne, in dem, in dem jeweiligen Segment oder so, da Dinge vorgibst. Und ich fände das auch ziemlich blöd, wenn dann einfach, keine Ahnung, wenn mir irgendwo vom Framing her ein Fehler passiert oder ich dann tatsächlich mal etwas sage, wo ich auch nachher drauf gucke und so, ja, nee, ähm, habe ich irgendeinen Punkt nicht bedacht oder sonst was. Und dann siehst du irgendwie, äh, oder hast dann irgendwie so, oh Gott, was ist was, wenn Leute oder so nachplappern. So, zum Glück habe ich das jetzt noch bei meiner Größe nicht gesehen. Oder beziehungsweise wenn, dann war es so, ja, da stehe ich weiter zu. Oh, es ist auch einfach sehr, ich muss sagen, es ist sehr traurig momentan, die, die Kommentare zu sehen. Es ist, äh, es ist leider, es ist leider sehr traurig, weil gerade, weil gerade bei dem Video habe ich das Gefühl, dass sehr wenige, so, du musst mir nicht zustimmen. Das ist generell. Also, ich habe nie das Ding, dass du mir, also außer es ist so bei, jo, Frauenhass ist uncool. Ähm, oder halt die, die Tatsache, einfach, dass du dem Wahrheitsgehalt widersprichst. Dass bei weiblichen Figuren auf die Optik einfach jedes Mal drauf geachtet wird und Männer können einfach so hässlich sein, wie sie wollen und das ist scheißegal. Ähm, und das Maximale, was irgendwie dann kommt, ist so, lol, wie sieht denn der Charakter aus und das war's. So, ja, wenn du halt irgendwelchen objektiven Fakten oder so widersprichst, das ist dann ein bisschen, äh, ne. Ähm, aber ansonsten ist es mir halt, so, lese ich auch gerne, ähm, die, die Meinung von Leuten durch, die, äh, die was anderes zu sagen haben, wenn sie halt gut, äh, dar, dargelegt ist. Aber gerade bei dem Video hatte ich halt so, dass, hab ich oft die Kommentare gelesen und das war dann halt so, ähm, das Video nicht gesehen. Weil halt so die, die kompletten, ähm, die, die, so, zum Beispiel hier so, das ist so, da seh ich kein Problem, ich spiel Blockbuster gerne. Ja, sag ich auch in dem Spiel. Aber die Sache ist, dass, das, 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 dass es da weitreichendere Probleme gibt drumherum. Und wenn die Leute halt null darauf eingehen, dann hab ich halt wirklich so das Gefühl, ja, okay, da, ähm, da hat jemand das Video halt nicht gesehen und dann einfach direkt drauf kommentiert, äh, 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 drunter kommentiert, ja. Ja, genau, das ist so. Das ist so. Ich hab mir deswegen die Konsole gekauft und ich erwarte das auch von solchen Spielen. Äh, so. So, willst du, willst du wirklich, willst du wirklich nur die eine Art von Spiel haben? So, ist es nicht. Stell dir mal vor, du, du kannst, deswegen, ich hab ja auch gesagt, das ist ja vollkommen okay, wenn du hier diese Leuchtturm-Dinger hast oder so. Aber, ist es nicht, wär, wär PlayStation 5 nicht cooler, wenn Sony nebenbei mehr Sachen wie Astro Bot anbieten würde? Wär das nicht wesentlich geiler? Ja, also auch nicht. Vor allem, Astro Bot ist ja auch super gepolished. Kann mir doch keiner, kann doch, kann mir doch, also, kann mir doch keiner sagen, dass Astro Bot oft als PS5, ähm, inkludierter Titel nicht beliebt wäre bei den Leuten. Kann mir doch wirklich keiner sagen, oder? Oder, dass das nicht irgendwie gepolished wäre. Oder großartig aussehen würde. Äh. Und einfach mehr davon. Äh, ein großer Block, was. Sondern auch, das ist nicht der Punkt. Das ist nicht der Punkt des Videos. Und wenn du das schreibst, dann weiß ich, dass du das Video nicht gesehen hast. Und das ist so das, das ist so das, was ich, was ich so frustrierend finde einfach da dran. Ah. Keine Ahnung. Ich meine, bei dem, bei dem, bei dem Pikmin, bei dem Pikmin-Video genauso. Da war es, da war es auch einfach so, dass, es ist vollkommen okay, wenn Leute sagen, es, es stresst halt so sehr. Aber, ich würde halt wirklich gerne mal mehr mit den Leuten reden, sondern halt auch diese Multiplayer-Sachen drauf eingehen. Weil Multiplayer-Sachen sind unfassbar beliebt. Da kann mir keiner, also das ist wahrscheinlich von allen Leuten, die hier schreiben, muss es Personen darunter geben, die auch im Multiplayer irgendwie spielen. Das ist doch, sag mir, du kannst mir doch nicht sagen, dass Multiplayer kein Stress ist. Du bist ja, du stehst ja permanent unter Druck, gegen die Person irgendwie anzutreten, die ganze Zeit. Und es gibt ja auch Multiplayer mit eben Zeitaspekten. Also du musst ja, wenn du, ähm, äh, du musst ja rechtzeitig irgendwo da sein. Also du kannst ja in, in der Runde CSGO, musst du ja schnell, du musst ja schnell irgendwo an dem, an dem richtigen Punkt sein. Du musst ja schnell überlegen. Du kannst ja nicht ewig Zeit lassen. Du kannst ja nicht die Um, Umgebung in, ähm, na, einfach so erkunden, wie du, wie du darauf Bock hast. Du musst ja blitzschnell irgendwelche Entscheidungen treffen. Und auch da, bei den Spielen hast du ja diese schmerzhafte Anfangsphase. Ich glaube nur, Leute sehen das einfach in einem komplett anderen Kontext. Ich glaube halt wirklich, das Problem ist, dass das irgendwie in einem anderen Kontext betrachtet wird. Und dann ist das, weil zum Beispiel der Grund, warum ich halt bei Multiplayer-Sachen, das ist diese, dieser initiale Aufwand eben auch. Das ist bei mir meistens das, wo ich, äh, wo ich dann öfters keinen Gefallen dran habe. So ich spiele gerne Multiplayer mit Leuten, die mir gegenüber sitzen. So, weil das dann meistens auch eher so auf einem ähnlichen Level ist. Oder beziehungsweise, du hast auch noch diesen direkten Austausch. Aber in irgendwelche Random-Lobbies geworfen zu werden. Ich glaube, deswegen hatte ich an, äh, deswegen hatte ich bei, bei Fortnite mehr Spaß gehabt. Weil es sich in dem Stream und auch kurz noch danach, so ich habe das wirklich auch nochmal danach, eine Session gespielt, ähm, hatte ich das Gefühl, dass das auf meinen Level angepasst ist. Und dann hatte ich eben auch mehr Spaß und dann merkst du eben so, okay, du wärst vielleicht da und da besser und kannst dann irgendwie da drin, da drin aufsteigen. Aber das ist ja auch das, das Problem, ähm, eher für mich. Aber an sich hast du doch trotzdem in den Multiplayer-Runden in vielen Modien irgendwie Stress oder so. Ja, deswegen, ich wollte gerade sagen, Battle Royale ist doch auch purer Stress und die Leute lieben es. Ich glaube, es ist, es ist wirklich das Framing. Es ist, glaube ich, das Framing und dass die das dann irgendwie so, dass die sowas als ein Singleplayer-Spiel, ne, das ist dann so, meine Vorstellung von einem Singleplayer-Spiel ist das. Und das mache ich dann gerne so und dann möchte ich irgendwie diese Aspekte nicht, nicht drin haben. Weil ich glaube, auch wenn du so ein Singleplayer-Spiel hast, wo du dann halt in der Kampagne gegen den, ne, du spielst, stell dir mal vor, Pikmin wäre ein kompetitives Multiplayer-Game. Und du spielst dann gegeneinander und müsstest dir dann schnell deine Pikmin aufbauen und damit du dann eben rechtzeitig deinen Kontrahenten angreifen kannst. Das ist ja mehr Stress als dir das, das ist ja, du brauchst eine höhere Geschwindigkeit als das Spiel jemals von dir verlangt. Aber ich glaube, das wäre dann irgendwie in Ordnung. Ja, das ist so, naja. Astro können 3D-Plattformen sein, das ist das Traurige. Alter, es ist, Astrobot könnte, könnte das, das Mario von, von Sony sein. Ich meine, ist das halt so ein bisschen von der Qualität, die Astrobot als, äh, als das, das Spiel eben auch hat. Astrobot wirkt wie ein Nintendo-Spiel. Astrobot wirkt wirklich so, als ob das, das waren aber, ich meine, früher hatten die halt auch so Sachen. So ein, so ein Ape Escape wirkt auch wie ein Nintendo-Titel eigentlich. Ape Escape ist etwas, das könnte auch legit von, das hätte legit irgendwie von Nintendo oder so sein können. Und ich meine, da sind ja auch bei Astrobots sind halt viele Leute, die halt vorher auch bei Ape Escape gearbeitet haben. Viele Leute, die bei Ape Escape gearbeitet haben, sind mittlerweile auch bei Nintendo. Unfassbar viele ehemalige Playstation-Mitarbeiter, äh, Mitarbeiterinnen in, in Japan sind mittlerweile, wenn du dir die Moby-Games-Seiten ansiehst, sind mittlerweile bei, bei Nintendo. Ja. Ja, keine Ahnung, ich find's halt, ich find's halt einfach, ich find's halt bei, bei den Sachen einfach schade. So, dann gucken wir mal an. Ich glaube, ich glaube, ich würde Doomblade mit. Ich glaube,